hallo und herzlich willkommen bei äh dragons dogma wir werden da jetzt gleich mal rein starten ich habe mal vorsichtshalber die musik im hintergrund ausgemacht einfach nur um sicher zu gehen ich wollte nur gucken was für musik wir hier drin haben episch die passt auch nicht also man soll angeblich mit dem controller spielen gucken wir doch mal überzeugen ist der menschliche wille der seine größte kraft erreicht ich habe doch eigentlich untertitel an ja ich höre dir zu ich höre dir Die Böse hat sich auf der Zeit des Konsuls gegründet. Zum Schluss können wir das Wunsch von unserem reichlichen Ruhlern feiern. Die Rückkehr! Der Sovereign! Sovereign? Oh mein Gott. Meine Worte! Such an inspirierend ist es! Deine Majestät wird meine Eterne gegründet. Deine Majestät. Und wie lange ich das erwartet habe. Okay. Wir sind also der König. Und wie lange ich das erwartet habe. Behold! Before you sit the rifle inherited of the dragon throne. Chosen by the dragon as its enemy. Behold or rejoice! Fortune hath delivered us our saviour at last! At last! At last. For only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail the Sovereign! All hail the Sovereign! Let all present pledge your allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our allegiance reign will in their end. Long live the Sovereign of Vermont! All hail the Sovereign of Vermont! All hail the Sovereign! Oh. There is no. Thou would slay the dragon. If thou seest the eagle in this world in its true aspect. Abandon thine reason. Cast aside thine heart and thine eye both. Okay, Ausgräberstätte Kerker. Wollen wir jetzt in den Kerker gesteckt oder war das jemand anders? Wollen wir jetzt in den Kerker gesteckt oder war das jemand anders? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Okay. Ähm. So. Kleinen Moment, ich will mal eben checken, ob der Ton in Ordnung ist. Okay, der Ton kann noch ein wenig leiser. Okay. 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 Wieso ist denn das jetzt gecrashed? Okay. 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 keinen Mann. Irgendwie. Ich habe einen Pfeil zum Knie bekommen und seitdem kann ich nicht mehr laufen. Der stampft doch durch die Gegend, das ist ziemlich lustig. Rook Ne ich Ey Ey ja Tut mir leid Ja ich bin dabei Ah jetzt kann ich laufen Okay Okay Ich laufe hier hinterher Boah das hasse ich ja bei Spielen Wenn der Charakter schneller ist als die MPCs Ja Ich gehe zur Arbeit Hebe einen Felsen auf Okay Okay Ja kann ich machen Ja weiter Okay Laternen entziehen LB und rechts Oh Cool Ja werde ich machen Oh Gott Hallo Sehr Ja Was ist der nächste Schritt Oh Ey ja Dann lass mal Kunden gehen Okay Und was erwartet uns hier Oh Bedusa Nice Oh No But Everything's been awoken You've got to fell that fiend Even at the cost of your lives Get me out of here Now Okay, Sturmattacke mit X. Okay, Sturmattacke mit X. 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 I. Deo I. So fühle ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Wenn du wirklich aufstehen bist, dann werden unsere Herzen sicherlich wieder aufstehen. Okay. Krass. Oi! Ein griffen erscheint einen Moment und der nächste. Und jetzt stehst du vor mir. Ja, denn ich bin ein Greif. Okay. Geil. Achievement. Den Fesseln der Sklaverei entkommen. Grüßen. Okay. Sehr Melven. Ah. Okay. Auftragsliste. Oh, das ist die... Oh. Cool. Ausgrabungsstätte. Ah, da waren wir. Das ist also die Karte. Und hier sind wir lang geflogen. Äh. Gedrückt halten. Auftragsliste. Der Beginn eines Epos. Justin... Justin wird dir den Weg zur Festung zeigen. Folge ihm. Holy. Gegenstände. Okay. Okay. Das sind unsere Gegenstände. Das ist jetzt die... Was ist denn... Ah. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst dem Inventar des Erweckten oder dem der Vasallen entnommen werden sollen. Okay. Ich hab nix. Karte hatten wir gerade. Aufträge hatten wir auch. Ausrüstung. Oh. Kopfschutz, Körperschutz, Beinschutz, Oberkleid und Ringe. Okay. 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 Chronik. NPC-Log. Frank Fisker. Justine. Okay. Geek. Das sind die Leute, die wir gesehen hatten. Rook. Fotomodus. Hm. Und wie mach ich ein Foto? Aktuelle Kanon. Alles zurückzusetzen. Hilfe anzeigen. Äh. 庭. Äh. Oh. So. So. Jetzt einfach mit F12 oder was? Ja, toll. So kann man also ein Foto machen. Tutorial Logbuch ansehen. Das Spiel neu laden. Wenn du stirbst, kannst du mit Optionen vom letzten Spiel. Dein Abenteuervorteil wird die Verluste erhöht. Während diese Option dir ermöglicht weiter zu spielen ohne allzu viel Fortschritt zu verlieren, hast du einen signifikanten Nachteil durch deine reduzierte maximale Gesundheit. Es wäre daher klug, die Zeit zu nehmen, dich während deines Abenteuers in regelmäßigen Abständen in Gasthäusern und Lagern auszu. Die Karte. Öffne die Karte, um deinen aktuellen Standort zu sehen und das umliegende Gelände zu überprüfen. Informationen über Orte, die du schon besucht hast, werden ebenfalls angezeigt. Kombinieren von Materialien, das hatten wir schon. Kampf. Ergreife kleinere Feinde. Okay, Klammern, Größen, Feinden. Laufbahn, Kernfähigkeiten. Okay, Ausrüstung, Gegenstände. Okay. Oh Gott. Logbuchspieler, gespielte Zeit. Oh, Truhe müssen wir öffnen. Arzneitrank. Nice. Das habe ich dem direkt erzählt? Oh. 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 Oh, Goblins? Kobolde? Go. Oh. Oh. Ja, Waffenfertigkeit, Grundhaltung. Nice. Okay. Okay. Ja, bin ich nicht. Oh, da sind Eier. Einen Apfel. Gut. Wie kann ich denn Waffen wieder wegstecken? Ah, mit LB. Das klingt hier auch so komisch. Verwerkter Zweig und Gold. Was krieg ich hier? Äh. Sorry. Ich erkunde nur... Oh, das blinkt wieder. Grün lattig. Oh. Oh. Falschen Knopf gedrückt. Oh. Oh. Sogar ein Stufenaufstieg. Nice. Bringt das irgendwas? Gegenstände. Ja, das sind meine Gegenstände. Ah, kann ich für Pfeile verwenden? Kannst du mir... Ausrüstung. Sprinten und Ausdauerverbrauch. Okay. Okay, das kennen wir ja schon. Oh. Hello there. Ja. I am following you. Okay. Das hört sich die ganze Zeit an die Pornlegion. Einfach mit deinem MindsEye, den lokalen Entendant, den du dir würdest haben würdest. Okay. Laufbahnbogen schützen. Abschließen. Kyra, Kyra, Kyra. Okay. 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 Nice. Das ist das Recht, um dich zu helfen, um dich zu helfen, und um das Wissen zu nutzen, die wir in diesen distanten Welt zu geben, um deinen Vorteil zu helfen. Ich, selbst, freue mich auf die Reise mit dir, und um meine Erfahrungen außerhalb des Rifts zu erreichern, um deine Reise zu erreichern. Okay. Ja, ich werde... einen Hörger, vor meinen Augen. Du bist wirklich da, oder? Dachte ich auch, und das wäre der König. Über meinen auch. Ja, okay. Ne, ich bin in einem Lager aufgewacht und sollte Steine tragen. Ja. Hä? Oh. Der Erweckte soll eine tiefe Verbindung zu den Drachen aufweisen. Okay. Außenposten der Grenzwache. Nördliche Lager der Grenzwache. Da bin ich jetzt. Ich habe irgendwo gelesen, man kann bis zu drei Vasallen mitnehmen. Durch das Berühren eines Riftsteins kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihren Reisen jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßige neue Hilfsvasallen anheulen müssen. Okay. Hallo. Loxa. Okay. Erzähl mir von den Vasallen. Okay. Okay. Krass. Ja. 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 Okay. Okay. Porn Legion, ey. Ich weiß, es wird Porn ausgesprochen, aber nicht Porn. Aber ja. Ein anderes Mal. Ja, dir möge das Glück auch. So. Kyra. Okay. Reden. Ich habe auch keine Ahnung. So. So. Und wenn ich jetzt... It is a pleasure to meet you. Okay. Eagle. Loh nu. Okay. Oh. Joffrey sieht aus wie Geralt. Lady. Joker. Nein. Abby. Adonis. Eagle. Terry. Kann man sich noch einen zweiten erstellen? Okay. Okay. Vasailen Aufträge sind Aufgaben, die dein Hauptvasai jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und einhören für dir eine Hauptvasaile, die er beim Abschluss der Aufgabe erhält. Vasailen Aufträge bieten gute Gelegenheit Gegenstände und Vasailen Abzeichen zu erhalten. Daher solltest du dich bemühen, dass dein Vasaile möglichst oft angeheuert wird. Wenn du eine Belohnung für den Anheuernden Erweckten festlegst, kannst du entweder bestimmte Gegenstände oder eine Goldsumme benennen. Gegenstände werden aus deinem Evental entfernt. Gold wird von deinem Vermögen abgezogen. Außerdem kannst du mit anderen Erweckten handeln, indem du die Beschaffung von Gegenständen, die du haben möchtest, als Ziel des Vasailen Auftrags festlegst. Ah, okay. Hierbei handelt es sich speziell über die im Bereich offizielle Vasaile im Riftschinen. Sie unterscheiden sich folgendermaßen von normalen Vasailen. Namen werden in einer anderen Farbe angezeigt. Offizielle Vasailen der Stufe darunter können angewendet werden, ohne Riftkristalle zu verbrauchen. Die Rüstung kann nicht verändern. Okay. Außerdem stehen offiziell entweder nur für eine Grenzzeit zu. Okay. 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 Das will ich jetzt mal... Oh Gott. Moment. Dragon's Dogma 2 wie viele Hauptbasalien 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 Oh, shit. Hachi, Beon, so. Okay, neb wir. Okay. You'll find none lighter on their feet than a thief. I'm sure my talents will be of use to you. Jo. Ah, good. I see the arising has found someone. Und, untersuchen. So, habe ich jetzt drei Stück dabei? Oh, ja. Cool. Okay. Okay. Okay, was kann ich denn verkaufen? Verkaufen? Feenklinge. Oh, ich habe 200 Gold. Ja, dann machen wir doch erstmal einfach Aufträge. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. 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 Oh. Ah. Okay. Ja, ne. Oh, hallo. Montgomery. Was hast du denn im Lampenmüll? Bescheidene Lagerausstattung. Ausstattung mal angeeignet. Lager aufzusprechen und gleich kann bei Angriffen von uns aber schnell zerbrechen. Entdecker. Eis. Gibt es hier viel Grab? Okay. Ja, meins auch. Okay. Kann ich... Speichern. Okay. Ja, wollte ich machen. Ja. Okay. Okay. In Gasthäusern ausruhen. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wieder hergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Übernachte hier regelmäßig um Risiken auf weiteren Reisen zu minimieren. Okay. Machen wir das doch mal. Einmal ausruhen und unseren Status wiederherstellen. Okay, Add-ons erhalten. Okay. Oh Gott. Ja, schön. Und wo kann ich jetzt hier auf mein Lager zugreifen? Äh, ne, da wollte ich nicht hoch. Oh Gott. Ja, schön. Und wo kann ich jetzt hier auf mein Lager zugreifen? Ne, aktuell nicht. Lager verwalten. Einlagern. Snide-Rank. Das können wir doch auch mal einlagern. Das. Die Sachen vielleicht nicht. Au. 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 Kunstheim. Der. Kann bei einem Barbier verwendet werden. Hochwertige Feenklinge. Okay. Na, was ist das? Mehrdeutiger Weihrauch. Brüchen. Für den Kerker ist grob geabricht. Einmal Gebrauch. Okay. Vertieft ja zwischen Schenken und Beschenken. Aufstattung des Entdeckers oder so. ... ... ... ... ... ... Okay. Nehmen wir das noch mit und das noch mit. Du kommst wieder. Okay. So. Gegenstände. Ne, Ausrüstung. Ausrüsten. Ausrüsten. Okay. Rechte Hand. Oh. Oh Gott. Müssen wir dann auch noch Gegenstände verschieben? Okay. ... ... ... ... Hä? Was? Oh! Detail zum erweckten Capcom. Ah, okay. Grüßen. Ich will mal eben einlagern. Nee. Einlagern. Okay. Und wo? Okay. ok 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 kannst du kannst aus deinen angenommen auftragen ein auswählen um ihn zu priorisieren wenn das auftragsziel bekannt ist wird ein marker auf einer karte platziert falls du ein was sein in deiner gruppe ist der wissen über den auftrag besitzt kann er dich zu deinem ziel führen jedoch bieten was sein mit solchen kenntnissen nicht ihre hilfe an es sei denn der auftrag wurde als priorität festgelegt ok doch nicht einfach die tür zu machen ja das hatte ich eh vor heidelbeeren juri hat auch was aufgeholt oh was ist das hier ich auch nicht ist das irgendwie falsch verweigter zweig gezackter knochen ok cool die methode ist echt geil hier waren wir ja schon mal ganz am anfang wo der greif runter gekommen ist ja wir sollten eine liste rumbringen hä ok oh gott oh gott was ist denn mit der grafik los äh liefern ja ok was soll ich denn tragen also weiß was zu tun ist ok was soll ich denn sammeln ok ist das hier der gegenstand ne nö hab ich kein problem mit oh weintrauben was ist das hartknolle grünlattig ok ok ja ich verstehs ja so 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 was brauchen wir eigentlich wo 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 Nice, okay. Gib Markus die Vorräte. Okay. Ja, ich weiß, wo der ist. Ja, sorry. Hi. Was für ein Lederkleid. Ich will kein Lederkleid anziehen. No more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure. Good. We're here. How goes it? Have you gathered everything on the list yet? Ja, sauber. Ah, nee. Lieber nicht. Hier. Take this for your trouble. Das ist nicht in Ordnung, wenn ich das jetzt hier anziehe. Okay. Wegpuder. Ja, haben wir. Wir können jetzt auch zurücklaufen. Ja, Lumpen habe ich ja schon an. Ja, das sollten wir tun. Also das Einzige, was ich dir hier mit Holzschild dienen könnte, wäre... ähm... ...brettchen. ...brettchen. Ja. Ja. Oh, Stufe 3 Oh, Kaira, Stufe 3 Grüße Oh, nix wildes So So Da war ein Banksymbol Oh Kann ich mich hier hinsetzen? Okay Ja, irgendwie schon So, ich wollte nämlich einmal hier eben in die Speichern und fortfahren Okay Weil Irgendwie Glaub ich, habe ich die Einstellung ein bisschen komisch gemacht Also Ich würde mal eben In den Titelbildschirm zurückkehren Und Und Mir das nochmal angucken Komm Das Du Es Ja, weil ich DLSS anhab. Und der stellt hier dann halt alles auf so ein, dass dein Speicher und nicht verbraucht wird. Was hört? Was ich halt so komisch finde, ist, wenn du jetzt hier in Ausrüstung reinguckst, obwohl jetzt geht's. Ja, dankeschön, Phil. Dieser Dialekt, der ist ein Nice. Ja, ich mir auch. Dafür aber unser Nakidai-Priest. Okay. Ja, kann ich machen. Oh, eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuch, den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge verwaltest und neu annimmst. Okay. Oh, Ressourcen. Oh, was ist das? Eine reife Hartknolle, Prinzessenknolle. Okay, ich hab einen Lazarusstein bekommen, weil ich mit Juri einen Tag unterwegs war. Okay. Okay. Okay, dann sollten wir lieber hier rüber gehen, hier sieht es ja aus, oder gehen wir hier lang? Ich glaube, wir gehen diese Route hier lang. Aber dass hier überall menschliche Totenköpfe aufgespießt auf Fehlend sind. Ähm, Goblins. Oh Gott. Es gibt Fehlbefehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann. Und ihre Effekte variieren je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden, wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist, die Reaktion und das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los. Weiß Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln, während eines Kampfes befiehlt es, Vasallen über das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe beim Ausführen von Aktionen oder die Führung zu einem Ort zu erbitten, oder um einen Vasallen anzuweisen, eine unterbrochene Führung fortzusetzen. Zu mir weißt Vasallen an, sich dir zu nähern, während eines Kampfes befiehlt es, Vasallen an deiner Seite zu kämpfen. Alter. Obwohl ich heute ausgeschlafen habe. Halt. Weißt Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle erhalten. Während eines Kampfes weißt es Vasallen an, den Angriff abzubrechen und sich darauf zu konzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Hilfe weißt Vasallen an, Unterstützung, Heilung und Wiederherstellung zu priorisieren. Was, hier noch einer? Ach da. Oh, ne Truhe. Kupfererz. Oh, da gehen wir lieber nicht hin, aber wir können hier eben lang. So. This will seem of little consequence, but some masters rearranged their party at the drop of a hat. One such a reason dismiss me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Oh Gott, wie kriege ich die denn runter? Eins. Habe ich die Feder. Ah. Ah. Ja, ich auch. Okay, nice. Okay, ja, wir sollten Phil-Bericht erstatten. Können wir hier aber noch ein bisschen herkunden. Da springen wir mal nicht runter. Eigentlich würde ich mal gerne sehen, was diese Kristalle da bedeuten. Ob das Ärzte sind oder was anderes. Okay. Vielleicht brauche ich erstmal eine Spitzhacke oder sowas. Komisch. Hätte jetzt eher gedacht, dass man da vielleicht schon direkt irgendwas einsammeln kann. Hallo, daaaah. Ja. Ja. Kyra ist aufgestiegen. Oha. Ja. 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 Äh, ich würde mal sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Da ich nicht weiß, wie das hier funktioniert, machen wir mal eben so und ich hole mir mal einen Kaffee und so weiter und ihr holt euch auch einen Kaffee und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Nach Melve. So. Ich hab mir einen Kaffee geholt. Wer bist du? Ich bin attentiv und loyal. Und ich mag, dass ich bei dir sein. In der Kampf werde ich deinen Weg folgen und die Unterstützung priorisieren. Okay. Ich wollte ja eine Hose kaufen. Kaufen. Oh, ich hab ganz schön viel. Feenklinge. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 so verkaufen so, dann laufen wir mal zum Lager ja, ey, ich wollte heiser einlagern so, dann laufen wir mal so, dann laufen wir mal wieder ok und wo? ok Herr der Blitze oh, da ist ein Auftrag ah, das ist die ah, ein Material useful things, these different combinations of Materials result in different creations hi if you're playing at Arisen in search of preferable treatment you'll be sorry your head is like to roll ere long ok 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 so ich wollte mal gucken was das hier ist ok ok weiter geht's ok 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 Oh. Good, we're here. Oh. Did anyone else see that? Aught catches the light. Let us ponder how best to proceed. An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. I've a feeling tis best left untraveled. Am I the only one? So. Oh we're schön. Schön erkundet. Hm. So. Come to think of it. Some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such a reason dismiss me after only half a day of service. Now there's a thought. Oh. Oh. Was ist das? Goldkäfer? Ein seltener der glänzenden Fikur hat erhöht das maximale Gewicht, das man tragen kann um... Nice. Oh. 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 Ah. Oh. Oh god. I really enjoyed that. Ah it's a problem. Aufbahnrang aufgestiegen. Koboldhorn. Bisschen hart. Okay. Oh. Mein Arm schläft ein. So. Falls der Erweckte eine Lagerausstattung zur Hand hat, kann er seine Zelte bei den Überresten eines Lagerfeuers in der Wildnis aufschlagen. Wie bei einem Gasthaus stellt das Ausruhen im Lager die Gesundheit, Ausdauer und Verlust leistet der Gruppe wieder her. Abenteuer, die selten in die Stadt zurück sollten, ein Lager aussteigen. Okay. Ein Lager ausbietet auch die Gelegenheit, Fleisch zu grün. Das Werte erhöht. Je besser die Qualität ist, desto größer der Anstieg, den du erinnern kannst. Bevor du ein Lager aufschlägst, wäre es klug, alle Gegner in der Nähe zu eliminieren. Aufstarten und Schlager aufschlagen. Ja. Zeit fürs Zelten. Hmm. Ich bin alle für die Geschichten. Aber vielleicht noch eine Nacht? Ich kann gar nicht aufbauen. Ich glaube nicht. Es ist besser, dass wir unsere Kraft wiederholfen, bevor wir wiederholfen können. Okay. Muss ich denn hier beim Sch... Ah. Bis zum Fertigkeiten ausstarten. Bis zum Fertigkeiten aus dem Fertigkeiten ausstarten. Ganz cooler. Also, es geht über die Überzeugung. Bis zum Fertigkeiten aus in der Nähe zu sein. Ich bin alle in der Nähe zu Span嘅. Beklar ausstarten. y. Und da wird an. Und dann wird ein Diefang, dass ich das noch. So, habe ich das wiederbekommen oder wurde es zerstört? Ich bin ausgewertet. Vielleicht haben wir eine Reste bevor wir aufbauen? So. Ah, ne Kiste. So. Aha. So. Oh Gott. So, ich will mal gucken. Okay, da kannst du nicht gegen schießen. Was ist das? Alltägliches Essen. Ja, allerdings nicht. Das ist nicht gut. Ich glaube nicht. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Oh. Wo sind wir jetzt drauf unterwegs? Oh. Okay. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Was können wir denn hier noch machen? Aber wir können mal eben den. Oh. Oh. Sie ist überladen. Wir sollten dann irgendwie doch mal was im Lager ablegen. Damit wir das oder gegebenenfalls verkaufen. Hm? Okay, was ist das hier? Teile ich auf Flut an, Monsterangriff, Ochsenkarenbetrieb auf weiteres eingestellt, okay. Warum bin ich denn bedauernswert? Wow. Aber hier... Ist das wieder Montgomery? Ne, Doppelay. Kring der Aggression, der Entschlossenheit. Der Entschlossenheit mit dir. 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 Die Entschlossenheit mit dir! Wir müssen wegdrehen. Hey, ich besiege ihn. 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 Schreie Schreie Goyle Können Sie mich hören, Herr? Herr, bleib mit mir. Wo sind unsere Vasalen hin? Äh, gut. Das ist die zweite Mal, dass ich dich so gesehen habe, nicht wahr? Du nicht erinnerst? Dann hast du vergessen, dass du mich von den Flamen der Dragen verletzt hast? Du hast den Feuer in meinem Stead genommen und du bist gut und wirklich verletzt. Das war... schrecklich. Ich habe gedacht, dass du dein Leben verletzt hast. Ich konnte nicht die Böse von deinem Herzen hören. Du hast aufgehört und durch ein paar Mirackeln überlebt. Erweckt worden, ja. Erweckt worden, ja. Alter! Ja. Oh, ich wurde zum Schloss gebracht und dann wahrscheinlich eher in Kerker. Krass. Krass. Ja. Ja, werde ich tun. Ja. 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 So, noch mal wieder reingehen. Ah. Okay. Ey, okay, man. Ja, hatte ich vor. So. Oh, Truhe. Kampfbogen. Oh. Das ist das Katapur... Ah, die Ballista, die uns abgeknallt hat. Okay. Oh. Oh, Einbruch. So. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß. Was ist das hier? Ich habe nicht genug, dass ich es schuldig sein kann, nachdem ich alles weggekommen bin. Aber was mehr kann ich tun? Was? Du hast das gemacht. Du hast die Medizin für mich bekommen. Ich glaube, es gibt keinen Fehler in das. Es scheint, meine Glück ist nicht so rot, wie ich dachte. Ich warte gleich hier für deine Rückkehr, Sir. Und vielen Dank für deine Hilfe. Er hat ein gruseliges Grinsen drauf. Oder einfach kaufen sie auf Runei, hier in Mel. Ich denke, ich verstehe die Idee. Ah, gut getroffen. Hier für ein paar Frutte, Roborant, sind wir? Fahndfinder Kapuze. Noppenlederstiefel. Okay. Das ist eine Ausrüstung. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr kurzsichtig. Kann ich diese Fruchtsachen selber herstellen? Oh. Na, Matt. Du bist derjenige, der Leben der Ulrika hat, nicht wahr? Sie hat mir gesagt, es war eine sehr wunderschöne Sache. Ich bin in deinem Geld. Ulrika ist so gut wie meine Tochter. Jetzt sag mir mal, bist du mit einer Gilde? Vielleicht bist du schon mit einer Gilde? Aber mit einer Gilde wird mit einer Gilde einstellen, dass du mit Spezialisiertes trainierst. Das ist sehr wichtig, wenn du eine Patientin gehst. Na, das wird nicht tun. Du musst nur sprechen. Geh, weiter. Es wird nur einen Moment geholfen. Wenn du ein Acht möchtest, über die Vacationen wissen kannst, vielleicht kann ich dir das. Es ist eine Vacation für die, die sich die Schmerzen und die Schmerzen beherrten. Die Kriegler sind. Ich bin auch ein Krieger. Und wenn du mir das so schmerzen kannst, ich könnte dich bereitstellen, was ich wissen. Die Meisterlehre ist die mächtige Fähigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeiten kann nur von jedem realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Kleinen Moment, ich guck mal eben. Ne, ich hab null. Also wirklich null. Also komisch. Mach Twitch wieder mucken. Mach Twitch wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht war das ein kurzer Schluckauf oder so Ich habe noch eine lustige Story für dich Ich habe einen Luftentfeuchter Und der läuft bei mir immer in der Wohnung, wenn ich Wäsche aufhänge und sowas Gestern habe ich mein Fahrrad ans Ladegerät angeschlossen Und das liegt immer hinter dem Luftentfeuchter Ja, und heute Morgen stehe ich auf Und latsche über den Teppich Und der ist klitschnass Und Feststellung des Tages Ich habe wohl anscheinend gestern mit dem Ladegerät Den Ponybel für den externen Wasserausgang Vom Luftentfeuchter abgezogen Und der hat den gesamten Feuchtigkeitsinhalt Der frisch gewaschenen Wäsche Hinten über den Ausgang in meinem Teppich verteilt Ja Also, nochmal was Schönes zum Lachen Hinten über den Ausgang in meinem Teppich Nene, du darfst hinten den Ponybel nicht abziehen Ähm, weil sonst ist da ein Tank drin Und sobald der voll ist Äh Ja Also, vorne ist so eine Schublade Die kannst du rausziehen Wie so ein Kanister Und da ist dann zweieinhalb Liter Wasser drin Und, äh, ja Gestern ist der ganze Kack halt ausgelaufen Und da waren halt, gefühlt würde ich sagen Zweieinhalb Liter Wasser im Teppich Und da war die Und da war die Ich habe jetzt noch nicht am Fußboden gerochen, aber ich würde mal eher, eher nasse Katze, würde ich sagen. Also, ja. War hart kacke. So, ja. So, ja, ich versuche das erstmal mit dem Luftfeuchter und sonst kaufe ich morgen Katzenstreu, das war auch schon die Idee, die ich hatte. Und den Kram kann man ja einfach wegsaugen. Ring des Hochgefühls. Oh. 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 Oh, was ist das? Mittagsblüte. Das ist so eins zu eins, was mir auch passieren würde. Aber Auto ist ja sogar noch schlimmer. Laufbahngilde. Alle Arten von Laufbahnprozeduren können in der Gildenheit eines Laufbahns vorgenommen werden. Laufbahnänderung ändern. Du hast eine Laufbahn freigescheit, kannst du jetzt jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahnen freizuscheiden erfordern Disziplin, die gesammelt wird, indem du Gegner und Aufträge erledigt. Fertigkeiten. Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fähigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Fertigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfähigkeiten sind von den Momenten an, in denen sie erworben werden, einsetzbar. Aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor du sie benutzt werden kannst. Fähigkeiten sind spezielle Fähigkeiten, die unabhängig von deiner derzeit Laufbahn ausgerüstet werden können. Fähigkeiten werden mithilfe von Disziplin erhalten und sind von dem Moment an aktiv, in dem sie ausgerüstet werden. Du kannst bis zu sechs Fähigkeiten auf einmal ausrüsten. Je höher dein Laufbahnrang, desto mehr Fähigkeiten sind verfügbar. Nein, das nicht, aber ich würde sagen, ich würde sowas hinkriegen. Fähigkeiten sind verfügbar. Fähigkeiten sind verfügbar. So. 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 im Dunkeln herum. Rüstet euch mit einer unserer besten Laternen aus, aber passt auf, wie weit ihr euch des Nachts von zu Hause entfernt, sonst werden Bestien am Leuchten eurer Hilfe angelockt wie Morten vom Licht. Schuss. Den habe ich schon erledigt. Ich sollte, ähm, hier so Fruchtsachen rumbringen und das hatte ich getan. Hallo? Nee. Genau, und das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist, ich soll zum Wachleiter. Aber ich wollte hier noch ein bisschen gucken. Okay. 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 Eine Rauferei? Ich will mich nicht raufen. Hello. Are you ready to depart or do you need some time to prepare? Äh, ich will mich noch vorbereiten. Speak with me once you've finished. Okay. Und... Irgendwer wollte mich noch sprechen. Wer bist du denn? Is there ought you require? Nee. Hail, if you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A Basque of Saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Oh, geil. Wir dürfen Bombenfässer werfen. Saurians are monsters of fierce strength. It is true. But I've yet to meet a foe that explosive casks can't scatter. I suppose it is so. Da sind die Bombenfässer und die Echsen sind da. Okay. So. Und jetzt können wir die Bombenfässer auf die werfen. Oh Gott. Und das war's? Nee. Und noch ein Fass. Okay. Dann laufen wir jetzt außen rum. Oder warten wir, bis sie näher kommt. Okay. Nice. Damit haben wir sie erledigt. Und Kyra ist in Rang aufgestiegen. Nice. Dann können wir die Mission abgeben. Und das ist nicht. Ich habe sie gesehen, dass sie nicht nur noch unter den Böden machen müssen. Und das sind so. Und das ist eine Frage. Ist das? Wie geht es? Ja? Das ist das, dass du etwas von den Böden erlangen hast. Um das zu Ende zu Ende zu machen, dann würde ich dir einen Kran des Zäußischen. Und die Zäußischen? Das ist das, was ich nicht. Das ist das. Okay. Okay. So, und da sollte... Okay, aber ich will da jetzt einmal hin und die Echse plündern. Ja, ich weiß, deswegen machen wir uns Echsen-Schuppen. So. Sonnenblüte. Oh, da unten ist noch was. Wir können noch fischen. So. Und dann wieder zurück. Oh. Ah, da ist er. Okay. Okay. Weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, soll ich mir zwei neue Vasallen holen? Weil wir sind jetzt, glaube ich... 6, 6, 6, 2, 2. Ja, komm, wir holen uns Vasallen in Stufe 6. Ja, da waren wir schon. Ah, verdammt. Ah, verdammt, vorbeigelaufen. Oh man. Okay, dann wünsche ich dir eine ruhige Heimfahrt. Und ja, danke fürs Dabeisein und vielleicht dann bis nachher. Ähm. 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 Genau. Dankeschön. Und, äh, wie gesagt, hier eine ruhige Heimfahrt. Und... Joa, dann... ...bitt denne. Genau, bis nachher. Und, uh. Ja, answärgай. Danke. giving euch an ehrlich zu einer Lager ongelassen. Und, oh man. Gibt es nicht nachher. Also. Ich bin der Lager mal 4. Das war schon. Hm. Ich hoffe, meine Magik hat dir gut geholfen. Den falschen angesprochen. So, und ich brauche noch einen Schuh. So, und ich brauche noch einen Schuh. So. 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 Okay, wen nehmen wir mit? Zorro. So. So. So, dann nehmen wir die jetzt mit. Ja, dann lauf mal. Ja, ich lauf dich schon hinterher. So. 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 Amen. 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 So, da bin ich wieder. Ja, ich bin bereit. Ah, und wir laufen ihm jetzt hinterher. Okay. Oh. 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 Den können wir auch noch einsammeln. So. Okay. Was auch immer du eingesammelt hast. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Leben ich noch habe? Oh. Ah, die können wir einsammeln. Okay, dann geht's weiter. Oh. 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 Alle plattgemacht. Sauber. Noch mehr Goblins. Flammendes Gebräu. Gold. Sauber. Ach, kriegen wir hier schön viele Sachen. Oh. So, war hier noch irgendwie was? Nee. Okay. Was ist hier? Wo geht's denn hier hin? Oh. Oh. Jasper. Du hast meine Unterstützung. Okay. Okay, ja dann laufen wir weiter vor. So. Okay, danke schön. Dann wollen wir doch mal gleich gucken. Gegenständen? Okay. Hm. Hmm. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite von... Im Lager, ok. Oh. Ja, mach das mal bitte. Ja. Ja, ok. Äh. Ok. Oh. Wir haben ein Material gefunden. Differente Kombinationen von Materialen resultieren in unterschiedliche Kreationen. Hm, ich weiß. Haben wir schon ein paar Mal gehört. Nödlicher Kontrollpunkt von Vermund. Will er vorlaufen? Ja, will er. Ok. Oh. Oh. Da ist eine Truhe. Die können wir gleich mitnehmen. Wildheit Extrakt. Oh. Ölfeil. Ok. Ok. Klein Reichszahn 5. Oh. Ok. So, ich wollte mal was nachgucken. Kann ich eigentlich, ähm. Ok. 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 Schade. Ich kann den Hut nicht ausblenden. Das wäre nice gewesen. So. Prinzessenknolle. So. Prinzessenknolle. Oh. Ich dachte, er kann vielleicht handeln. Ok. Oh. Truhe. Oh. Und noch eine Truhe. Das ist noch ein Herr der Blitze. Nice. Oh. Ja. Was ist das? Ah. Ein Stein. Vergessener Riftstein. Bescheidendes Lager. Hier haben wir. Ausstattung des Entdeckers. Und bescheidenes Lager. Lager des Entdeckers. Das wirst du doch hoffentlich ein bisschen anders aussehen. Oh. Ja. Geil. Ja. 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 La, ja. 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 Ja, da sind wir. Ich frage mich, ob man hier auch Waffen schmieden kann, Grünlattich. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Ich hab mich echt erschrocken. Okay. Nee, brauch ich nicht. Oh. Keine. Auch keine. Kein, kein. Oh. Oh Gott. Schwächungen sind negative Status mit Effekten wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffe. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen bestrengt, sondern können auch Feinde dazu gefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rat, um mehr Informationen über ihren Effekt zu erhalten. Oh Gott. Oh. 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 Nice. Oh, dann haben wir sogar einen Stufenaufstieg und Gold bekommen. Dann können wir weiter. Oder auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Der wurde stabil tot gemacht. Nice. Ordentlicher Kampf und ordentlich Schaden gemacht und hier werden wir jetzt geheilt oder was? Ja, cool. Und dann können wir weiterziehen mit der Kleingruppe. So. Ja komm, wir greifen die hier noch an. Wow. Krass. Oh, da ist noch einer. Ups. Oh. Laufbahn. Cool. Neunberg. Squeeze... Das ist Trude. Ja. Das ist schon klar. Sehr gut. Es zerstört. idéезд nicht Damascher. Du verрушst mich doch so, wie sehen wir in einen darüber. in das ist nicht mehr, wenn little die H огром fourren. Oh Gott, hier ist schon wieder einer. Nice. Kyra ist auch aufgestiegen. Das ist doch schön. Oh Gott. Wieso sind denn hier Habchen? Oh. Sammelstätte der Bestien. Oh, da sind noch mehr. Aber da hinten sind auch noch welche. Oh Gott. Was zimmert die da so rein? Oh Gott. Streich, right where it hurts! Ich finde es ein bisschen schade, dass die Gegner auf einem Minimap nicht angezeigt werden. Okay, wir müssen ein paar Gegenstände verschieben. Das ist der Wunsch noch ein bisschen. So. Goh, 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 goh. Wie sie das im Hintergrund anhört. Oh. Kobalthorn. Okay. Und die können wir öffnen. Herr der Blitze. Ach, da war noch eine Truhe, ne? Ja. Oh. Wollen wir hier hinter noch mal gucken? Oh, gucke mal eine an. Ah, ich nehme das. Wir wollen es für sie finden. Freunde, da haben wir doch mal eine hübsche Truhe gefunden. Und wir bekommen weiche Pelerin. Und zwar haben wir die Truhe hier gefunden. Relativ nah am Anfanggebiet. In der Nähe der Sammelstätte der Bestien. Und es ist was genau? Ah, guck mal. Ein weicher Perelli. Ein langes Umhängetuch. Nice. Damit haben wir jetzt so einen komischen Umhang. Umhang. So, dann wollen wir aber mal weiter hier. Oh. Oh, Weintraum. Weintraum. Gut. Wollen wir hier noch mal eben rasten? Oh Gott. Flackert das Bild auch gerade bei euch so komisch? Das ist ja gruselig. Da wird einem ja schlecht von. Beharrlichkeit. Explosion. Bis zum Morgen schlafen. Ja, ich habe gut geschlafen. Kleinen Moment. So. 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 Kommen die da nicht rüber? Okay. Was zur Hölle? Alter. Ich bin ein Cyclops. Ich denke, wir haben einen hier in einem alten Ort. Oh Gott. Ergreifen von größeren Feinden im Kampf. Du kannst einen Gegner ergreifen, während du stehst, indem du ihn berührst, während du RT drückst. Sobald du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn stoßen oder heranziehen, um seinen Aufmerksamkeit zu ziehen oder ihn außer Gleichgewicht zu bringen. Und schön auf den Arsch gehen hier. Und schön auf den Arsch gehen hier. Ich dachte, ich kriege ihn. Wow. Nice. Und ein Aufstieg. Nice. Hey, hey, Gamer-chan. Äh, soweit ganz gut, würde ich sagen. Ich spiele gerade ein bisschen Dragon's Dogma. Ich habe den ersten Teil mal für Uhrzeiten gespielt und jetzt gebe ich mir den zweiten Teil. Und bis jetzt macht das echt Spaß, muss ich sagen. Und wie geht's dir? Okay. 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 Stell deine Fragen. Ich weiß nicht, ob das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, du wirst gebannt. Hahaha. Das ist deine Entscheidung. Well done. Hm. 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 Ich könnte jetzt gemeint sein und du machst hier ein Septum. Ähm. Ähm. Äh. So. Ah, damit es ein bisschen harmlos ist. Augenbrauen. Weiß ich nicht. Das sieht nicht cool aus. Äh. 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 Ja, wie so fies. Das muss doch auch später auch ordentlich aussehen. Du sollst es ja auch länger tragen. Also. Ohrring. Ja. Ich glaube, ich würde aber, ähm. Hier so. Hier oder hier oben. Hier. Ring oder sowas. Oder hier. Irgendwie hier. Oder hier an der Seite. Also irgendwo in diesem Bereich. Wie nennt sich das? Ring am oberen Ohr. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Wieso wurde die Nachricht jetzt wegen Racism gesperrt? Ah. Wegen Jap. Ist ja krass. Oh Gott. Ist ja strange. Okay. Ja, cool. Du könntest dir natürlich auch eine Lochstanze holen und dir einen Tunnel machen. Ach Gott, aber ich meinte hier sowas, weil das ist relativ dezent, aber du kannst das halt auch noch mit richtig geilen Sachen machen und dann notfalls, damit also ganz der Goss oder so rauskommt, machst du hier zwischen den oberen und dem unteren noch eine Kette oder so. Also, da kann man mehr mit machen als mit dem Septum zum Beispiel. Ich weiß nicht, was industriell ist, aber gut. Was für eine Wette hast du denn verloren, wenn ich fragen darf? Oh, Stufe 8. Können wir das kaputt machen? Oh, guck mal, hier ist eine Explosionsfracht, das hätten wir nutzen können. Hey, du hast den Troll angegriffen. Ich bin attentiv und lehrer und freue mich, bei deinem Seite zu bleiben. In der Kampf, ich werde deinen Lied und die Unterstützung zu beantworten. Hm, nö, den brauche ich nicht. Restoration und Reinforcement sind... Oh, aber der Troll wurde weggeboostet. Holy shit. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Aber, das ist schon lustig. Aber ganz Berlin, der Bus ja ewig und drei Tage. Okay. Äh, das... Ich wäge, es sollte hier gefunden werden. Lass uns ponderen, wie es besser geht. Ich fühle, es sollte hier nicht sein. Äh, ja komm, ich würde doch mitreißen. Ja. Okay. Okay. Ist das gemein. Nein, aber voll geil. Das ist eine richtig coole Idee. Dann einfach WhatsApp-Status und dann ungefähr... Ja, das ist nice. Hast du mal geguckt, wie viele Schritte du an dem Tag hattest? Ja, das ist eigentlich an sich immer cool. Du musst ja nicht unbedingt gewinnorientiert rangehen, sondern was ich an der Sache eher cool finde ist, du hast für dich nochmal eine eigene Dokumentation. Und vor allem, wenn du das dann zurechtschneidest, hast du ja nochmal... Rufst du dir alles nochmal selbst... Äh, wieder in den Geist rein? Das ist ganz cool, wenn man das dann auch noch zurechtschneidet. Okay. 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 Ja. Erstmal heilen. Oh. Wir werden hier ein bisschen chillen und Sachen erkunden. Oh, ich bin zu schwer mittlerweile. So, Gott, habe ich viele Sachen. Bescheidenes Lager. Wie weit sind wir, wow, sind wir weit gefahren, okay. Was ist das denn? Kriege ich hier Harz oder was? Oh, Zimtbaum. Mhm. Das sieht schon nice aus. Aber wir müssen jetzt mal dringend eigentlich mal sowas finden wie eine Stadt zum Verkaufen. Dass die auch immer übertreiben muss. Da vorne sind schon wieder Goblins und noch andere Goblins. Goldene Sachen wieder. Der ist auch schnell draufgegangen. Okay, das war jetzt easy. So. Hello. So. Was ist das hier? Oh, das ist ein Sohn. Jao. Jao. Nice. Jao. 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 Komm mit. Die dann doch mal weg. Jao. 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 wieder ein Troll rum. Okay. Wow. Oh Gott. Aber da unten könnten wir dann... Oh, da sind Echsen. Ah, ich wusste doch, hier war doch Rauch. Jao. So und damit erholen wir uns. So und damit erholen wir uns. Okay. Bermund. Oh Gott. Bermund. 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 Oh. Gibt es noch mehr hier? Oh ja. Oh Wölfe. Oh Gott. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Stufe 9. Nice. So. Kyra ist auch eine Stufe aufgestiegen. Das ist auch schön. Ups. So. Hier unten war eine Hütte. Oh. Oh. Uppala. Heidelbeeren. Oh. 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 Nice. Was. Nappen. Wir haben gerade Noppenleder. Schiefe bekommen. Okay. Na, warst du nochmal wieder auf dem Server drauf? Oh. 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 Well done. Ja, ne. Gott, die mit ihrem Flammenwerfer andauernd. Was ein Troll tönen kann, kann auch mich tönen. Ist das der richtige Weg? Was? Okay, den Kira greift den an. Alter Schwede. Oh, falsch aufgehoben. Oh. Verseilen werden, Bewegungen uns fähig. Wenn ihre Gesundheit auf Null sinkt und ihr könnt sie nicht ohne Hilfe von der Stelle, an der sie gefallen sind, rühren. Wenn du ein Vasallen über längere Zeit nicht im Unbewegten verbleiben lässt, ist er verloren und wird in der Gruppe entfernt. Oh. Der Erweckte kann versuchen, ein Vasallen wiederzubeleben, in dem er sich ihm nähert und ihn berührt. Wenn mehrere Vasallen in der Nähe bewegungsfähig sind, kann der Erweckte sie gleichzeitig wiederbeleben. Die maximale Gesundheit eines wiederbelebten Vasallen entspricht der verbleibenden Gesundheit des Erweckten. Wow. Krass. Krass. Haha. Haha! Wieso kann man keine... Alter, warum geht das nicht? Oh, du hast einen Waste Barrel abgebaut. Ja, ich weiß. Wird dich nur empfangen, sondern auch die maximale Gesundheit, ja, ja. Oh, du hast einen Wunsch, du hast einen Wunsch. Das ist ein Schuss, Drozneer! Unsere Före war zu steckig, dass die Leitungsattacke zu leben. Die Vorbereitung sind wirklich eine Myriad. Diese Strategie hätte niemals passieren können. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wer bist denn du? Ja, ich weiß. Oh Gott. Aber wir werden jetzt unterstützt von irgendwelchen Leuten. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Ja, ich weiß. Ja. 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 Auge erhalten. Sauber. Stufe 10. Nice. Oh Gott mein. Wasalen Abzeichner, Halteabzeichner als Zeichen ihres gesammelten Wissens um ihre Kompetenzen auch für die Kampfferdigkeit oder Erkundungserfahrung. Feldabzeichen sind nützlich für die Erweckten im Wort und Tat. Monsterabzeichen werden Vasailen verdient, die eine gewisse Anzahl an Monster von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasailen sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass die beste Art sie zu besiegen kennen und den Erweckten gerade. Feldabzeichen werden an Vasailen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf ein Abenteuer begibst, wird der Vasaile sein Wissen über die Gegend mit dir teilen. Okay. Ich wäge, dass es hier hier gefunden sollte. Lass uns ponderen, wie gut zu gehen. So. Oh, was bist du? Sucher-Medaillons. 240 dieser Medaillons sind über das Land verteilt, an abgelegenen und unvermuteten Orten versteckt. Bring sie zu einer Gildenhalle und du erhältst mitunter besondere Belohnung, wenn deine Sammlung wächst. Du darfst keinen Stein unberührt und keinen Winker der Welt unerkundet lassen, wenn du eine Sammlung ververstanden bist. Oh, guck mal, hier können wir direkt mal campen. Oh, 900, 1900 Gold, nice. So, jetzt kriegt man überhaupt keinen Hunger nach. Haha. Was sagen wir get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Good sleep is the key to a good adventure. Eine Ruine am Flussufer. Okay. Huberlach. Alter, das ist alles ein bisschen Hardboar. Huberlach. Huberlach. Laufbahnaufstieg, Kyra. Schön. Was ist das denn? Einfaches Nachtlager. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Da unten gibt's irgendwas. Oh. Eine Siedlung ist gerade so in der Ferne erkennbar. Vielleicht wartet dort neue Entdeckung. Oh, da drüben ist ein Friedhof. Oh, wir sind in der Nähe von Vermund. Oh. Oh. Okay. Problems. Aber ich will jetzt... Oh mein Gott. Oh. Dankeschön. Fala... Falafel... Falafel... Donner. Oder Donner? Hey. Yeah. Nice. einfach nur eben lager aufschlagen man weiß ja nicht was in dem dorf uns passieren wird wo müssen wir denn hin oh das ist noch ein bisschen ich müsste hier oben hin so und da ist eine truhe und da ist schon wieder ein camp alter wie viele camps gibt es hier eigentlich okay und schon der nächste angriff ja 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 Damit haben wir die ein bisschen planiert. Was gibt es denn hier auf dem Friedhof? Nicht viel, aber somit sind wir wieder auf dem Hauptweg und denen glaube ich so ein Gemaff folgen. Gutes Hackfleischpropas, okay. Oh. Mist. Oh. Oh Gott. Alter. They are right to fear us. Hey. I see no merit in hunting down such cravens. Alter. Hey. Okay. So. Weiter geht's. Wollen nur die Zentren. Bisschen abgelenkt. Sorry, my dear. Genau. Keep up. Oh. Das sind diese Bullen, die den Wagen gezogen haben. Und da sind Harpien. Kann man da vielleicht endlich mal ein bisschen was verkaufen? Oh. Bei dem können wir kaufen und verkaufen. Das sollten wir dringend tun. Oh ja. Hackfleisch. Menge Gesundheit wieder her. Okay. Oh. Hope to see you again. Ja. Moment. Moment. Gegenstander. Oh. goldkäfer ja ich folge dir ach hier unten Oh Hah The presence of a single mage can turn the tide of battle allow me to lend my magics to ein Shinobi so ich will hier erstmal irgendwie mal ein dingstens finden hier wäre es ein gasthaus hier 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 Sie werden von der anderen Seite getrennt werden. Entschuldigung, wenn ich nicht für Glück bin. Sie sagen, die Sovereign sind in der Palasse. Recovering von Seem's, der Draggen weggebracht hat, hat er ziemlich ein Ton auf unsere Liege gegeben. Die Beasts' Flames sind in Black-Astarr. Es läuft bei dir falsch. Oh. Abbrechen. Oh Gott. Im Fall eines Monsterangriffs auf die Stadt wird Bürgerkraten zu fliehen und Zuflucht an einen sicheren Ort zu suchen. Wow. Das ist eine sehr hohe Erkenntnis. Oh, ein Huhn. Ein Hahn. Sorry. Ja, ich bin angeheilen. Wenn du einen Entrypermit hast, eine Invitation oder Proof der Bürgerkrieg, präsent es jetzt. Oh, ich sehe. So, du möchtest mit Captain Brandt. Was möchte gern Erweckter? Captain Brandt. You should know that this individual fought valiantly to defend the troops. The Watchhead told me himself. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. Okay. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Come on, hide. I beg your forgiveness for my insolence, your majesty. If the queen regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. Okay. I had no choice but to treat you as a pretender, less my actions draw suspicion from watchful eyes. Oh, krass. Then you have truly lost your memory? In that case, may I buy ought to explain the situation before we proceed? Yep. You and no other are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days passed, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege that finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebra- Einige Monate zuvor. Your rival would have robbed the queen regent Deeser of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the council's passing, when it was all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the arisen had been found. Shhh. To Deeser, your majesty's very existence is not but an obstacle to our own family's continued prosperity. Goto, goto, goto. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Deeser chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds. In order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Oh, krass. Okay. Okay. Oh, der Süß des Stellvertreters in Vermont angekommen. Oh. Sowohl Vermond als auch Batal sehen die Geißel des Drachen als oberste Priorität an. Sollte die elende Kreatur auf eine der beiden Seiten der Grenze niedergehen, haben beide Nationen geschworen, Hilfe zu leisten, um bei der Evakuierung der Bevölkerung und bei Aufklärungsmissionen zu assistieren. In solch einem Fall wird von allen Truppen erwartet, jegliche Uneinigkeit in Glauben oder Kultur beizulegen und sich vollkommen ihrer Pflicht zu widmen. Interessant. Oh. Vielen Dank. Ich werde noch diesen Wälder holen. Du bist ein netter Mann, nicht wahr? Es scheint, dass ich in deinem Geld bin. In Wahrheit, es könnte ich dir fragen, ob du Zeit hast. Aha! Da bist du! Oh, Entschuldigung, aber unser Chat muss warten. Bis zum nächsten Mal treffen. Auf Wiedersehen. Okay. Oh, gut. Du gehst zurück. Ich finde mich auf der Seite, wenn du aus meiner Linie aussehen möchtest. So. Ah, ich wollte erstmal hier den... Okay. Okay. Oh. Oh. Oops. Okay. 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 will aber eben noch irgendwie in eine gaststätte ich dachte bei dem könnte man vielleicht schmieden krummsäbel reitschwert auf 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 Oh, Waffenverbesserung. Wenn du die erforderlichen Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Esse verbessern. Erwege deine Waffen entsprechend deiner Stufe und deiner Kampfstil zu verbessern. Schmiedestil. Es werden verschiedene Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt und jeder führt zu einem anderen Ergebnis. Wie einer moderaten Allgemein- oder eine signifikante Anstieg in Magie oder Mafé den Stil erweist zu deinem Waffen. Okay. Was hast du im Angebot? Plattenharnisch. Wächterplattenharnisch. Kettenharm des Jägers. Kettenharm des Jägers. Okay, Sachen verkaufen jetzt. Reisestein. Reisestein. Krieger. Erzmagier. Reisestein. 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 Werferschuss ist schon ganz Kaskadenschutz. Reisestein. Kassenbuch eines Händlers. Hab ein paar Leute in der Traverne über einen Laden drüber in der Urstadt reden hören. Als Kuriositätenhandel haben sie ihn bezeichnet. Klingt nach nichts besonderes, aber scheinbar kann man dort Fälschungen herstellen lassen. Das Grimoire, wegen dem ich all mein Gold verloren habe, war wohl eine solche. Vielleicht kann ich es mir ja zurückverdienen, indem ich selbst Fälschungen herstelle und einen Sammler verkaufe. Was ist das hier? Oh, geil. Endlich eine Gaststätte. Du bist so gut. Du wirst schnell vergessen, die Zeit langweilige Zeit, wenn die Form... ... 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 Ja, weiß ich. So. Ich will jetzt die Mission eben mit dem Ding ins Kirchen machen. Hallihallo, was ist los? Nicht viel, wir spielen Drang's Dogma und gehen jetzt auf Reisen. Dankeschön, das ist eher, ich bin maximal verwirrt und... Äh, ja. So. Genau, also... Mir geht's soweit ganz gut und... Danke, ich versuch... Äh, grad einfach nur zu spielen und... Ja. Freut mich aber. Ochsenkarren sind ein relativ sichere Mittel, um zwischen Städten zu reisen. Ihr Dienst sind im regelmäßigen Intervallen für eine faire Summe Gold verfügbar. Du bist nur ein Ochsenkarrenstation besuchen, das Fahrgeld bezahlen und an Bord klettern. Der Ochs wird den Rest erledigen. Wie du die Reise verbringst, bleibt dir überlassen. Du kannst die Landschaft genießen oder einnicken, um den Weg viel kürzer erscheinen zu lassen. Es gibt jedoch hin und wieder Überfälle auf Ochsenkarren und auch Monsterangriffe, da ist es stets ratsam, kampfbereit zu sein. Nur für den Fall. Ja, das hab ich schon festgestellt. Ja, sorry. Ähm... Heute seit, äh, 15 Uhr und sonst seit dem 1.1. Äh, ich hab kein eigenen Discord. Ich hab zwar einen Discord-Account, aber kein Discord-Server oder sowas. So. So. Oh. Zeit ist ein stetig fließender Fluss in dieser Welt und die Aktivitäten und Verhaltenweise ihrer Bewohner reflektieren dies. Leute bleiben eher nicht den ganzen Tag am selben Ort und tauchen eventuell nur morgens, nachts oder mittags auf. Um die Zeit verstreichen zu lassen, kannst du entweder in einer Gaststätte bleiben oder einen speziellen Sitz nutzen, die draußen an bestimmten Stellen zu finden sind. Bei einem Bruch der Nacht kannst du bloß den Boden vor deinen Füßen sehen und die Dunkelheit ruft furchterregende Monster auf den Plan, die man bei Tag nicht sieht. Erkunde die Wildnis nach Sonnenuntergang auf eigene Gefahr und sorge dafür, dass du eine Laterne im Gepäck hast. Manche Gegenstände, die gesammelt werden, können sich verändern mit der Zeit, in der sie reifen und schmackhafter werden. Es gibt auch solche, die, wenn sie genau richtig altern, nützlich bei der Kombination von Materialien werden. Besonders ruhe Gegenstände solltest du jedoch im Auge behalten, da es unangenehme Nebeneffekte haben kann, etwas zu verzehren, das seine beste Zeit hinter sich hat. Gewisse Objekte und Strukturen, die durch deine Angriffe zerstört werden können, erneuern sich, nachdem eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. Gleichermaßen wachsen Früchte, Beeren und andere Flora, die gesammelt werden kann, nach einiger Zeit nach. Oh mein Gott, wieso werden wir von einem Troll angegriffen? Ja, und wir werden dann auch noch von... Alter... Oh Gott... Oh Gott... Ja... Ähm... Was ist denn Zwietracht? Was ist denn Zwietracht? Was ist denn Zwietracht? So... So... ... ... ... ... ... ... ja wie gesagt wenn ich aus dem Spiel raus bin und dann kann ich da mal reingucken so ich mach mal ne kurzen Abstecher durch die Wohnung ich muss hier mal Fenster aufreißen das ist übelst warm und dann gehe ich noch eben die Luft filtern und auf Klo und dann sehen wir uns gleich wieder also bis gleich abstecher um auch am Untertitelung des ZDF, 2020 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 False, 2020 So, wie sieht denn der Stream aus? Ganz nett. Ja, danke schön. Oh, Bergmannshose. Okay. Oh. Da ist ein Hypo-Greif. Oder ein Greif. Oh. Oh. Wir machen einfach mal Null Schaden. Oh. 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 okay alter schwede das war geil kommt er wieder so wir sollten mit dem schmied sprechen ja westlichen straße okay ja 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 Das ist alles, was er verkauft? Okay. Westliche Straße hier irgendwo. Oha. Dann machen wir das doch mal. Oh. 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 Ähm. Ah, das Fisch zum Trocknen. Uferfisch. Giften Sud. Gut. Rinde einer Bergbuche. Oh, da oben müssen wir lang. Okay. Okay. Oh. 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 Vielleicht sollte ich noch ne Runde schlafen. Oh. 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 Oh, oh. 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 Nein, hab ich nicht. Mit dem hier? Kontrollpunkt Ruhestadt. Haben wir den irgendwo auf der Map? Was ist das denn? Aus Rötchen. Hallerts Anwesen. Clarks, okay. Wolters Traverne. Gasthaus. Was ist ein Gilde? Philips Gemischtwarenladen. Wollen wir das da noch eben machen? Also, ich würde mir gerne den Großen da angucken. Oh. What the hell is that? Zielkristalle. Die Verwendung eines Reisesteins wird dich augenblicklich zu einem Zielkristall transportieren. Zielkristalle sind permanente Bestandteile von Städten, aber du kannst auch deine eigenen Zielkristalle an Orten deiner Wahl platzieren. Du kannst bis zu 10 Zielkristalle gleichzeitig an verschiedenen Stellen in der Welt platzieren. Einmal platziert kann ein Zielkristall entfernt werden, wenn du ihn woanders hinlegen möchtest. Du musst mindestens einmal mit permanenten Zielkristallen in einer Stadt integrieren, bevor sie als Reiseziel verfügbar werden. Okay, jetzt Zielkristalle. Ah. Nee. Nee. Großer Riftstein von Vermont. Macht das irgendeinen Unterschied? Wenn du den Riftstein betrinkst, kannst du die Beschwörungsfunktion und die Frische machen. Und wenn du die Beschwörungsfunktion und die Frische hast. Okay Und was ist das hier? Ach, Grüße Ah Okay Reisestein für 10.000 Okay Laterne voll Mit Grasmuster Oh, die sieht eigentlich geil aus Okay Dann Können wir jetzt mal wirklich auf Reisen gehen Und nochmal eben gucken Helbe Außenposten der Grenzwache Oh Goo Gua Du stop and have a look Our wares of every ill Words fail to capture the ore I feel standing atop this bridge Felt mit den Menschen, Blut und Taxen, sicherlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Wow 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 Nice So Wo wollten wir hin? Äh, Auftragsliste Ah, super Ja, das hatte ich vor Ich will den nicht angreifen Oh Wow Ja klar Ja Okay Gegen was kämpft die? Okay Okay Oh Oh Faulig Ups Oh 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 Rinde eine Bergbuche Oh 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 So, mit den neuen Waffen wird das doch schon einfacher, alles. Alter. Die Ball hat da auch immer drauf. Wo sind noch welche? Da. Oh, was ist das denn? Oh. Giftschopper. Nice. So muss das. Zackter Knochen. Oh. Hier kann man auch mal sammeln. Kobalthorn, äh Kobold. Was war denn hier? Ja. Oh. 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 Nice. Oh. Oh. Ja, diese Explosionsfächer. Kann ich die werfen? Also ich... Also ich bin echt gespannt. Ob wir... Das Explosionsfach... Ich hätte besser zielen müssen. Also mit dem Schwert bin ich dann doch besser. What the fuck? Oh Gott. Die Frau erschreckt mich jedes Mal. Schieber, schieber, schieber. Ja. 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 Das war ein schneller Tod. Ey. Wo wirft der mich mit ner Fackel ab? Douse the flames before it is too late. You are mighty indeed, Arisen. Ich weiß. So kann ich das hier... Ne. Zweihänder. Vulkanische Melodie. Oder Melodie. It seems you've somewhere else in mind you'd rather go. If you've no need of my guidance, by all means, lead the way. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our masters wishes. Okay, das sieht nach... Wow. Wow. Oh. 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 Aufstieg. Stufe 12. Das freut mich. Oh. 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 Ich habe dir das. Oh. 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 Oh my. Oh. Oh. Sorry Aber ich will gerne Weil dann gibt es so Sachen wie Silbererz Oder Kupfererz in dem Fall Truhen Muss wir alles mitnehmen Having more of these to hand or sub So Und noch mehr Silber Oh So wo kommen wir hier hin Oh Nice Schön Silbererz erhalten Dankeschön Bisschen Haut Nice Ah Okay Es gibt sogar eine Map Das finde ich neus Was ist das denn Okay Und als Belohnung gibt es eine Truhe Ring der Abkühlung Feuern So Ich werde die gesamte Map natürlich entdecken Und dann Und dann Muss man natürlich auch mal gegen Wände laufen Damit man den Rest Erkundet Verwägter Zweig Ja ich weiß Ja ich weiß Ja 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 diese nervigen Oh, Laufbahnrang Stufe 5 Kyra, Laufbahnrang Stufe 5 Geil So, jetzt hier oben noch erkunden Vielleicht den nicht abschießen Aber dann können wir hier unten lang Oh Gott Oh, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen Das brauchen wir nämlich Okay, dann wollen wir da unten angehen So, ich will hier rechts noch lang Hier einmal gegen die Wand laufen Bisschen was erkunden Dann müsste ich doch hier eigentlich durch, oder? Oh, ich kann nicht erwarten, was drin ist Dann muss ich hier so ein Ach, ich habe keinen Hm Weil hier muss es ja irgendwo hingehen Aber ich habe keinen Schlüssel Oder sowas Okay Okay Dann geht es wieder zurück Okay Dissen die sich auch noch gegenseitig So So, jetzt wäre natürlich irgendwas nice Richtung einem Lager oder sowas dergleichen Da ist ein Greif Der macht mir ein wenig panisch There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager We could pick some now and use them when the need are off I've got wares of every ill Oh, fauliger Goldsahn Hope to see you again Hope to see you again here long Nothing caught your eye? Oh, that's a... Shame Let's hope there's ought worth our coin next time Ehh ... Mhs- 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 Irgendeiner aus dem Entwicklerstudio musste solche Aufnahmen machen, ey. Das ist auch kein... Ist das hier mehr? Oh ja, das muss mehr sein. Okay. Das hört sich schon wieder nicht gut an. Ist das ein Troll? Oh ja. Oh, das war noch schlimmer als ein Troll. Der hat drei Leisten. Oh ja. Ich werde dich in eine PIN-Cosche. Oh ja. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. This one's shaking. How do you like that? Alter. Ist das nice. It seems we have enraged our foes. Break this opponent's entrance, Craig. Quickly arisen, we must regain your footing. It's a foe worthy of virtue. If not save our best, we'll zoom. Ah yes, now I see. Oh, nice. Schön. Schön auf den Kopf einstechen. Oh. Ich wurde durch die Gegend geschmissen. Oh. Oh. Jaaa. Schön den. nice das war ein ogre ok überhaupt keines du siehst du irgendwie du hast einen sehr großen kopf ok das ist noch so ein goldener käfer ja kenne ich aber hier können wir dann einmal wow minotaurus so wenn holy macaroon Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Hilfe, Minotaurus. Ich will doch nur meine Freundin wiederbeleben. Die Chance können wir jetzt nutzen. Alter. Oh. Und Duke wiederbeleben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Right where it hurts. alter steh ich drauf ein steh wieso bin ich denn jetzt gestorben oh das ist doch kacke ich bin im attentive unknown und referred to remain by your side in battle I shall fall you lead I'll hold on to this after all announced her prevention is worth a pound of cure the creatures Dorf's will serve as well be sure to aim true I must ask you to refrain from Charging On Teamwork is the crux of our strategy, don't be such a worry wards, I don't know what I'm doing. Okay. What's quickly arisen, you must regain your footing. You've been opening, focus your attacks. The moment of victory in the hands. Let us finish this. Too easily done. Oh. Master, watch out. If you're picking arisen, I shall see to it, this does not happen again. Well done. It is a foe worthy of Lawton to not save our best for you. You too. Here it goes. Es scheint, wir haben uns beide verraten. Ein freundlicher Spieler macht es einfacher für uns. Äh. Das war's für heute. Jetzt sind wir hier wenigstens ein paar mehr Leute. Was? Wo war er? Sei vorsichtig am Rand des Wassers. Die Laken lauern in tiefen Gewässern, Flüsse sehen und dem Meer. Und verschlinge augenblicklich alles und jeden, der in ihre Mitte wartet. Falls dieses Schick sei, ereilt wird er sofort wieder. Doch er ist nicht die Ausfüße verloren. Finde ich sofort. Okay. Ich bin Level aufgestiegen und ins Wasser gefallen. Sauber. Und werd gefuttert. Hm. Ja, sorry. Ja, ich sollte aber trotzdem mich mal heilen. Wie nur Taurus Horn. Und hier, noch ein Minotaurus Horn. Schön. Bisteig. Boah, sieht das geil aus. So. Was sagt mir, wir bekommen ein Rest? Ich bin nicht sicher, dass ich einen Träger mit meinem Bellen so voll face. Wir haben ein Material gefunden. Ich wollte ja gucken, ob hier in der Nähe irgendwas ist. Bestienhaut. Der hat hier echt die Wagen und alles angegriffen. So, wollen wir hier unten langlaufen? Oh. Oh. Oh, noch ein goldener Käfer. Okay. Wofür das sind wir? Auch ne Hütte. Woaah. Oh. Das hat auch Stauber hergestellt. 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 Ops. Das hat auch Stauber hergestellt. Woaah. Oh. 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 Striking the head will be the most effective. Each head by most. Fear not. It is all in hand. Oh. 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 Oh, 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 oh. Yay! Dann haben wir den Oger jetzt auch gleich kaputt. Ah der hat noch eine Lebensleiste. Wow! Der hat einen Sidekick gemacht. So, dann kriegen wir den jetzt auch mal. Und down. Sauber. Gesegnete Talentenschutz. Oh mein Gott. Das will ich nicht anhaben. Oh. Hm. Besschen Rippchen. Ja, ne. Das, äh. Das sieht ja mal echt kacke aus. Na? Gut nach Hause gekommen? Woah. Oh. Yo. Oh. Ich hoffe nicht. Du. Oh Mann. Ich hoffe derjenige hat sich nicht stark weh getan. Oh. Krass. Hier. Hier. Dann können wir ja richtig froh sein, dass das nichts Schlimmes weiter war. Ach, ich dachte schon. Yay. Stufe 14. Ja. 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 Du geht es nicht mehr. Und da. Passt. Und. Und. Okay. Komm mal, Kyra steht das wenigstens. Bitte was? Rinde eines Zimtbaums. Alter, was ist falsch mit dir? Ich weiß nicht, wie du, Master, aber ich bin ausgewertet. Können wir hier weiter erkunden? So, können wir hier weiter erkunden. Ich bin ausgewertet. Ich bin ausgewertet. Oh, wow. Kyra Stufe 14. Schiefer graues Horn. Es ist nicht mehr oder weniger, als was man erwartet hätte. Ich bin nicht gegen Troik. Oh, boy. Hoops. Oh. Oh! Oh! This brute has quite the temper. Breakfast opponent, Exit, and the Frank. I am well aware of the particular. The prison, are you the right? Do not falter. We'll take out the outs of our strength, but we can prevail. Ah, yes, now I see. Ah. H valueFHHHH. We have four enemies. You don't get to regret this! Na komm. Ja. Ein Dorf. Wow. So. Ich hoffe, das ist jetzt kein Banditendorf, aber... Aua, das sieht... Naja. Ein schönes Küstendorf. We fled when the dragon attacked some days past, thinking we'd return once the baleful thing was gone. Easier said than done, clearly. In our absence, a bask of Saurians have made our homes their own. What are we to do? The guards not like to send soldiers all the way out here. Ah, but may have they needed at all. Please, sir. Do something. Anything about the Saurians. Gerne. Saurians are bound, Master. Be on your guard. Eben noch speichern. One cannot be too careful. Oh. Wow. Wow. Sym, sie. Dude. Be tu. You're so happy. You're so happy. You're so happy. You're so happy. Let's go. Okay. That's pretty cool. ja und wir machen hier eindeutig unsere arbeit schön wir müssen die wiatze wieder einmal und weiter um zu sagen das ist kein Schock zu mir wir haben alle geteilt wir müssen eine Perge Okay. Tschüss. Ich hoffe, dass Sie wiedersehen. Nichts hat sich in den Augen. Okay, hauen wir uns mal eben hin. Stellen wir hier eben unser Lager auf. Das sieht so nice aus. Krieg ich andauernd Bock auf ein Steak. Und das ist doch eine eindeutig eine Videoaufnahme, oder? Ja. Was würde ich nicht geben, um da drin zu sein, mit einem Muck warm Ale zu sein? Es wird in der Endeffektion sein, wenn wir mit einem Pack voll von Treasuren zurückkommen. Okay, müssen wir dann mal später hierher zurückkehren. So, was hier oben. Oh. Dreschelnde Glut und... Cool. Dann kommen wir da hinten. Oh Gott. Puh. Oh, sorry. Oh. Oh. Wunderbar. Useful ingredients to be gathered here are wager. I say, we collect as much as we can carry. All people fear the dragon. Bitte was? Oh, ein Reisestein, cool Können wir eigentlich die Steine hier benutzen oder nur mit den Reisesteinen Scheint nur mit den Reisesteinen Okay Take this Tis something I found I wanted you to have it They have no power They have no power Ooh You 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 Amen. Das sieht cool aus, aber ich penne lieber nochmal eine Runde, ich will nachts nicht rumlaufen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ich würde auch mal eben fix eine kurze Pause machen, also würden wir uns gleich wiedersehen. Dann kannst du in Ruhe neu starten und ich mache eben kurz Pause, also bis gleich. Das sieht gut aus. 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 Danke. Da jetzt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Daあー. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Oh Gott! So Hey Ja, auf jeden Fall Cool Und zwar Hatte ich ganz viel im Internet gelesen, dass sie total die Performance-Probleme und so weiter haben Ich Grafikspeicher verläuft Und dass das die Probleme sind Oh mein Gott Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja 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 Also das macht sich bemerkbar Hilfe Aber Aber Es ist nicht so dramatisch wie es auf Steam zum Beispiel gerade Ja Ja Geschrieben wird Ich spiel' Ich spiel' immer nur an Day 1 Ganz ganz oft, das ist richtig schlimm Aber Aber ähm Was ist das? Ich hatte schon schlimmere Spiele, viel viel schlimmere Spiele Oh Ja Genau Also das Ähm Muss man natürlich da mit rein zählen Ähm Klar wär' jetzt ne aktuellere Grafikkarte noch nicer, ne? Keine Frage, aber Ähm Jo Also Dafür hab' ich die Grafikkarte halt, aber Ja, da kann ich das halt verstehen, dass dann Leute frustriert sind bei dem Spiel Ähm, grade neu rausgekommen und Ja Ja Dann hast du solche Probleme Oh Oh Ja 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 Ja, aber damit solltest du das hier eigentlich auch spielen können. Das war wahrscheinlich nicht in bester Grafik, was ich ja aktuell auch noch nicht mache. Ja, also das gleiche habe ich auch. Also ich mag das überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir ja auch für Stream den zweiten Rechner geholt, weil ich es überhaupt nicht nice fand, dass ich die Grafik der Spiele runterstellen musste, nur damit ich streamen kann und so soll es ja nicht sein. Also für mich zumindest. Oh, ich habe den Schwanz abgehakt. Ich habe den Schwanz abgehakt. Ich hoffe, dass du nicht erwähnt hast, dass du mich nicht erwähnt hast. Yay! Stufe 15. Nice. Da können wir ja hinten und vorne nicht meckern. Hi, wer bist du denn? Sieger 1, Cyclone... Nein. Was willst du denn mit so vielen Millionen? Von welchem Spiel? Und wo? Wie? Was? Hä? Oh. Oh Gott. Oh. Hm. Ein Kackhaufen. Da wär ich fast drinnen gelandet. Ah, okay. Gibt es denn so viele Level in Drang-Dog-Dogma? Stopp, ma. Hm 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 hm. Oh, was macht der denn da? Oh, was macht der denn da? Oh, was macht der denn da? Oh. 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 Oh mein Gott. Alter, hat das nicht nett von ihm gewesen. So. Ey, du sollst da jetzt nicht... Ups. Alles. Oh. Ja, Putzen, aber Attacke trifft es echt gut. Ah, a foe stumbled. Just one more push or bring it down. The moment of victory is at hand. Let us finish this! Was most effective. Und Kyra Stufe 15. True. Kann man in der Scheiße buddeln? Hmm. No. 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 I guess we could ... ja das ist klar so jetzt wäre schön irgendwie wo geht es hierhin donner der harmonie schattige pelerien ja das sieht eindeutig besser aus oder ja 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 Oh Gott, das ist echt Kann man das umstellen? Ja, ich glaube, das ist besser Also, aufheben ist auf demselben Button wie Rennen Look, Master A treasure chest We shall have to find a way to reach it Oh, da gibt es noch mehr Oh Gott Komische Echsenviecher Es gibt hier sogar noch mehr Oh, da gibt es noch mehr Ist das ein Schleim? Also, das sieht weird aus Alter Okay, nur Magie wirkt anscheinend auf den Schleim Oh, das ist Na komm, mach ihn fertig Grünlicher Schleim Okay Wow Die hämmern rein So So Haben wir viel Schwachsinn dabei Now There's a worthy prize If only Twerk So far So 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 Es ist nicht so, dass wir uns die Verlusten nicht verletzten. Sie sind in der Zeit der Kampf. Was sagen wir einen beim nächsten Foe, das wir uns beendet haben? Oh, schon wieder ein Schleim. Okay. 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 So, dann können wir jetzt hier langsam zurückkehren. Das Gras sieht auch wild aus. Nein, den will ich jetzt nicht. Dörfleisch. Okay. Explosionspfeile. Oh. Alter. Wie die da draufzimmern ey. Okay. 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 Auf geht's nach unten wieder. Okay. 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 Na was der große Gerät zum Tyrone kann. cut不会 soft. Das hat in allen Knochen gerade gezimmert. Oh! Das ist der Geist! Aussehen nahe als Nebenhöhlen meinerseits, würde ich sagen. Oh Gott! Und so habe ich mich an der Krippe angesteckt. Oh Gott! Oh Gott! Guten Tag! Stufe 16! Tschüss! Faulige Bestienräppchen! Uhhh! Oh Gott! So! Oh! Hier merkt man jetzt so ein bisschen die Performance Probleme, die angesprochen worden sind. Es wirkt ein wenig hagelig. Hm. Hm. What about... Good evening, Sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Heißt du mit! Sieht ein wenig? Oh Gott! Tja. JNNNN! Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Okay. Ich will aber nicht. Oh, okay. Okay. Und dieser Verkauf hat nichts mit uns zu empfehlen. Unsere Geld sind besser gespandt. Das ist für dich. Was denkst du? Spezialisierungen sind Fertigkeiten, die nur von Vasallen erworben werden können. Sie sind nicht unbedingt nur vorteilhaft, da sie dem Vasallen erlauben, unabhängig zu agieren. Und das kann zu unerwarteten Konsequenzen führen. Doch mit ein wenig Geduld, Planung und gebührender Sofort können sich Spezialisierungen als sehr nützlich erweisen und sind es wert ausprobiert zu werden. Wenn du möchtest, dass dein Vasallen eine Spezialisierung erlernt, würdest du gut dran tun, dich mit Leuten mit verschiedenen Eigenschaften und Tendenzen in der Welt um dich herum anzufreunden. Früher oder später werden diese Freundschaften Gelegenheiten bieten, in denen deine Vasallen eine Spezialisierung erhalten kann. Ein Vasallen kann immer nur eine Spezialisierung haben und das erlernt. Eine neue Spezialisierung ersetzt die alte. Siehe den Eintrag jeder Spezialisierung zu Rat, um mehr Informationen zu ihren Effekten zu erhalten. Okay. 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 here. Maybe? It's a cool night. To are you still? Ah, okay. Ah, ich kann dann... Oh, nice. Good on you, sir. I expect these goblins. I appreciate you, sir. Go on. Off with you. What brings you here? Welcome to Bjorn. And quality is what you need if you want to survive. Oh, God. Oh, God. Okay. So, before you check the price, just hope to see you again. Pray. Slow your feet. You run too... Good tidings, sir. How fair is your retrieval of those plundered weapons? Will that be all then? Let me see. Ich muss noch den Magiestab kaufen. Okay, das erklärt es. Well, I'll... Good on you, sir. I appreciate you. Go on. Off with you. Oh, I possess no ill intent, I assure you. Those of other races differ so in design from our own, you see. That's all it is, mind. A curiosity. And even if I did, it isn't as if I could purchase one. No matter how they fascinate me, it isn't to be. Oh, there's something written here. Well, I'll... Good on you, sir. I appreciate you stopping by. Go on. Off with you. These foreign bows do so intrigue me. But I shall admire them. You would simply give this to me? Oh, nice. It is not dissimilar from an elf such as this bowstring there. It looks quite the same, but the tension is altogether different. Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow, not of elven make. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. My aim has suffered of late, such that my wayward arrows simply would not strike true. The timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. Till we succeed, we are not considered to have come of age. I have been training most diligently, yet my skills ne'er seem to take shape. Indeed, I fear my aim has only worsened with each new failing. I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather than master my own peoples. Okay. Okay. Okay, das ist doch eine Falle, oder? I do hope you'll join me. For now, I shall bid you farewell. I do hope you'll join me. I do hope you'll join me. I do hope you'll join me. Prüfen wir das nochmal eben. Prüfen wir das nicht. 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 Alice? Und einen... ...Assassin? ... 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 Ich will nicht mit dir reden, ich will mit dem reden. Okay. Ist hier so. Dann nehmen wir doch mal den da oben. So, mit dem will ich jetzt mal reisen. Oha. Oha. I'll gather this. It might be of use. Hm, dankeschön. Grenzsiedlung von Vermont und Baddal. Kontrollpunkt Ruhrstadt. Dann will ich doch gleich mal gucken, was für Waffen man hier kauft kann. Ja. Die Jädei-Torpe kann überall sein. Vielleicht sollte man mit jemandem mit Banditry zu sprechen. Oh, es gibt immer eine Anwendung für Weapons. Besonders neben der Grenze, wo quarrels passieren. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Do you come again? Shall we report our results? We have better minds than I to solve this. Greetings. You are the Oritelmi. In your comings and goings, did you happen to encounter a man by the name of Ofol? He seems to have vanished while in possession of a treasure known as the Jadeite Orb. My fellow merchants are scouring the city for him as... And if I may be candid, our primary concern is not the merchant, but rather the Orb. It is an item of precious importance to myself and my partners, you see. I must see it reclaimed, post haste. Okay. And in my hour of need, who should wonder by the good of Risen? What say you, sir? Would you be so kind as to seek out the Jadeite Orb? You will be rewarded handsomely for your service. Of that I can assure you. Sirs Ofol and Everard each seek the Jadeite Orb. Oi! You there! You've just arrived in town, haven't you? I don't mean to pry. Only... It's my grandson. A boy by the name of Rog. He's got Morris. I've just found out Rog has been abducted by beasts. Okay. What? No! How can that be? I've just heard news. Rog was seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. Morris. Think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such creatures. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been... The soldiers won't do aught for him, will they? Can't sign it all. He's right. But what else am I to do? Do you truly mean that? If you return him to me, I will be forever in your debt, stranger. We may benefit from pursuing the information. Have you come from Vernworth? Oh, god. How are things there? The ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts. And so little our survivors anticipated that you'll find not even a checkpoint here. In times past, t'was safe enough a night. When the monsters sleep, since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battleground. Tis nigh impossible now. It could be that oughts befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since t'was erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph? What am I supposed to do? Where are you going? You'll never believe this, but the other day, I saw an elven woman and a dwarven man walking hand in hand. Okay. Normally, you put an elf and a dwarf may have my eyes dis- Oops. Poor Rog. He truly is a lovely boy. He's always helping Morris in his shop. And he's delivered me my remedies many a time. Once, he even picked some flowers on his way up and put them up for me. All pretty like. I still recall his smile when he told me about the beautiful flower bed he tends to on the outskirts of town. Oh Rog, will I ever see your smile again? Okay, dann gehen wir doch mal gucken. Mond glühen. Dämmerkraut. Okay. Okay. Waaahahahahahah! Ahahaha! Oh. Zeremonieller Umhang. Äh, der sieht kacke aus. Wow, zwei auf einmal erwischt. Und hier wurde er hin entführt? Was zur Hölle ist das? Ach, das sind... Ich will aber nicht von einem Ochsen. Okay. So. Ich will wissen, wo der Junge ist. Wurde er nicht irgendwo runtergezogen zu den... Wurde er nicht irgendwo in der Höhle gezogen? Hier wird gespeichert. Das heißt schon mal, hier passiert jetzt irgendwas. Okay. Okay, dann gucken wir mal oben. Äh, nein. Oh. 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 Herr Hmm! Ja. Hier ist... Ah. Pins. I grant you love these fans. One of our numbers is unconscious. Ah. Toll. Are you okay? Schieß die doch mal runter. Ah. 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 Guck mal hier sind Wölfe. Ah. 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 Oh. 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 Das war's für heute. So, wo ist er hin? Oh, da. Oh, da, 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 da. Okay. You will not live to regret. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Strike fast and shrewd. Our quarry shall fall. Understood. Was ist das? Nice. Okay. Dann folgen wir weiter den Spuren. 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 Neue Stufe. Dann folgen wir weiter den Spuren. 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 Faulhöhle. Dann folgen wir weiter den Spuren. 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 Lest we be set upon from behind We'll manage Whatever comes We always do, don't we? Ab damit haben wir jetzt den kleinen Jungen gerettet Ich weiß nicht, folgt der uns jetzt hier runter? Dann würde ich nämlich hier mal eine Runde schlafen gehen So Ah, der Junge sitzt hier auch mit cool Oh I'm all for swapping stories But perhaps another night I can scarce keep my eyes open Agreed We ought to give ourselves a chance to recover If we continue on our journey So 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 und dann geht es jetzt auf zurück und dann können wir doch mal nach Havel gucken. Okay, dankeschön. Das sind ganz schöne Laufwege. Müsst ihr jetzt eigentlich auf der Seite der Ochsen langsam rauskommen oder? Oh Gott, was hat die denn für eine Hose an, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. So. Dann geht's weiter. Oh guck mal, hier ist eine. Hätten wir auch vorher nutzen können. Okay. So. Ich glaube, wir werden mal einen von diesen Reisesteinen dann gleich opfern. Und dann einfach mal gucken. Aber dann gucken wir uns Havel an. Ich glaube, ich habe keine Lust dahin zu laufen. Hackerhorn. Okay, interessant. Was ist das? Silbererz, okay. Kupfererz. Ich bin attentiv und loyal und freue mich, bei deinem Seite zu bleiben. In der Krieg? Oh. Oh. So. Und dann sind wir jetzt auch fast da. Hat ja auch nur ein kleines bisschen gedauert. Oh. Mit Ruhe. Jo, mach mal. Hackfleischroh Barans. Monsterzahn. Monsterfell. Monsterzahn. Nice. Kommt da so ein paar Grashöfer in das Bild reingejumpt. So. Und der hockt da immer noch in seinem Händler Buß. Okay. G отс speaks, while you're here, eh? Stop by again soon. Not buying that's just as well better to be selective than wasteful browsing was enough to scratch the itch in my case got to keep it together. Äh. Ist das hier Morris? Rog? 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 Ist das du mein Junge? Ja also. Hallo Grandfather. Ja. Hat er recht. Sorry Grandfather. I didn't... And you? Words alone will never be enough to express the depth of my gratitude. Pray take this. Tis not. Thank you sir. Thank you. For saving me. Kein problem. That was certainly worthwhile. That was hardly a challenge for adventurers of our caliber. It's vital that we rescue the game of the strength before moving on. Well hello there. Ah there's always demand for weapons. Particularly near the border where quar- Oh. Cool. Bischofskonzi. Do you come again? Was ist das hier? Ist das so eine Gilde? Ah. Eine Laufbahngilde. Bitte. Du weißt. Tabii. Das ist eine Werte von Tragen. Auf. Gib er auf. Auf. Dann hatte ich mir die Situation. Oh. Strahlen finden. Okay. Wow. Okay. Aufträge. Ein neuer Bogen. So, ich will mal jetzt wirklich... So. Wir testen mal einen Reisestein. Weil wir wollten nämlich in das Dorf Hava. Hava. Und ich bin gespannt. Yo. Und ein Achievement bekommen. Cool. 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 Das ist die Teleportation hier. Und dann kann man zu solchen Kristallen reisen. Ja, nice. Dann können wir jetzt hier die Quest beenden. Weil angeblich soll Hava uns willkommen heißen im neuen Glanz. Ja. 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 Das hat aneisend nix gebracht. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wo geht denn das hin? Oh, ganz nach da oben, okay. Okay, hier hoch, so rechts, links, dann der Straße hier folgen. Können wir ja mal machen. Oh, das ist echt eine Rennerei. Oh, das habe ich auch schon an mehreren Stellen gelesen, dass in dem Spiel irgendwie gefühlt alle zwei Meter ein Gegner auftaucht und ja. Oh, nice. Oh. 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 Ich bin nicht mehr von mir. Ich bin nicht mehr von mir. mit Leitungen auf deinem Seite. Diese Böse haben eine leitende Träne. Soll doch nicht mehr von dem, alle Menschen sie behaupten. Soll es sich nicht mehr von uns zu machen? Soll es sich nicht mehr so sein, aber nicht wirklich leichter zu beantworten. Ich werde dich in die Hilfe. Ich werde dich schützen. Gehe wo du geholfen musst. Gott, der hat einfach Kaira gefahren. Gott. Und wo ist er hin? Oh. 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 Gott, Gott, Gott. Gott, Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. Gott. Ja. Hey. Okay. Wow. Ja, genau. Na komm, töte den. Du musst nicht geben ihnen eine Chance, um sie zu retten. Der Moment der Glückwunsch der Hand. Lass uns das zu Ende. So, Gegenstände. So, weiter geht's. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch wieder ein Minotauros. Darauf hätte ich nämlich überhaupt keine Lust. Spawn die Goldkäfer immer wieder neu. Nope. Okay, dann laufen wir weiter. So, kommt jetzt hier was runtergesprungen oder hält sich das in Grenzen? ... ... Whoa. Der ist richtig geil weggefetzt. Ja. Und mit dem Zahnstocher mache ich ordentlich Schaden, du. Oh, was ist das? An die Schurken, die denken, es sei witzig, lokale Bauwerke zu zerstören. Denkt auch mal an die armen Seen, die den Schaden reparieren müssen. Es dauert Tage. Jawohl, genug ist genug. Okay. Yo. Ah. Ah. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Oh. Ah. Der sieht nice aus. Nee, brauche ich nicht. Oh. 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 Vergiftung. Okay. 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 Das war's. Das war unglaublich. Never have I encountered such a strategy. Well, well, color me surprised. Oh. You have my protection. Hey. Hehe. Also zu dem Drachen da drüben laufen wir jetzt nicht. Hehe. Oh, Stufe 18. Nice. Your current vocation is ill suited to wielding a Bowmaster. I suppose so. Ooh. Okay. Okay. Das sieht so geil aus. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Good sleep is the key to a good adventure. Okay. Okay. Also. Ich hab ne ganz dumme Idee. Vielleicht ist er ja noch da. Oh ja. Mal gucken wie schlecht wir gegen ein Drache kämpfen können. Oh oh. Oh oh. Ich hab ne ganz dumme Idee. Wow. Oke. Das ging sehr schnell. Oh No No Okay Also den kriegen wir nicht down Dann rennen wir weg Ich will nicht gegen dich kämpfen Hmm Ein von uns ist in slime Geh rein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind ein bisschen zu Hardcore. Ja, also echt gut, dass ich da erfolgreich weggekommen bin, aber uff, der hat ja Instant-Schaden reingezerbert. Oh. 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 So, ich denke mal, dass ich Feierabend machen werde. Irgendwie bin ich hart kaputt. Und ich werde dann morgen Vormittag, Nachmittag spielen und streamen. Und abends bin ich auf einer Party unterwegs. Und ja, Sonntag geht es dann wieder regulär weiter. Ja, und dann habe ich jetzt zwei Wochen Urlaub, also ganz entspannt. Und da können wir mal gucken, wie wir weitermachen und was wir spielen. Und ja. Aber so für heute ist erstmal Schluss. Ich habe jetzt 8,5 Stunden gespielt. Und ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und ja, gute Nacht und erhol dich gut. Und dann sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Und dann bis morgen, suriöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.